Getreu dem Motto, komplexe Lösungen aus einer Hand, ist Kai Data aus Wismar stets für seine Kunden da. Das Dienstleistungs- und Serviceunternehmen versteht sich als Fachhändler für den Bereich der Informationstechnologie, der Telekommunikation und Bürobedarf. Das kompakte Team, geleitet von Geschäftsführer Björn Rennpferd, berät und betreut ihre langjährigen Kunden anhand des sogenannten Streckengeschäfts. Die Techniker fahren zum Kunden, um dort zu beraten und die Geräte zu installieren. Kai Data ist ein erfolgreiches und stabiles Unternehmen und das bereits seit 25 Jahren. Björn Rennpferd leitet erfolgreich die Firma und blickt auf viele Herausforderungen zurück. Ein Meilenstein ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. Ich denke mal, dass einer der Meilensteine war, dass wir dieses Gebäude hier bezogen haben, in dem wir jetzt sitzen. Das ist also der alte Saatgutspeicher oder Getreidespeicher. Den haben wir auf unsere Bedürfnisse angepasst, haben den mitgeplant, haben hier für uns super Voraussetzungen geschaffen. Die Technikabteilung der HW Leasing GmbH Wismar fusionierte mit dem damaligen IT-Unternehmen am 29. Mai 1996 zu Kai Data. Somit ist es ein eigenständiges Tochterunternehmen der HW Leasing. Anlässlich der 25 Jahre gratulierten natürlich auch Thomas Agerholm sowie Katja Fludra von HW Leasing. Ich kann mich noch sehr gut an die Gründung von Kai Data erinnern und dass sich Kai Data jetzt so toll entwickelt hat, das finde ich schon ganz hervorragend. Natürlich meinen herzlichen Glückwunsch und schauen wir mal auf die nächsten 25. Also ich denke, dass Kai Data sehr gute Chancen hat, sich im Markt noch weiter sehr positiv zu entwickeln. Liebes Kai Data Team, ich wünsche euch zum 25. Firmenjubiläum natürlich alles Gute und das im Namen der gesamten HW Leasing Belegschaft. Für die Zukunft natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Ihr seid ein tolles Team, macht weiter so. Als Techniker bei Kai Data hat Jörn Bergmann viele Aufgaben. Er dankt Kai Data in den 25 Jahren für das Vertrauen und die gemeinsame Arbeit. Als erstes Mal, dass die Teamarbeit bei Kai Data weiterhin so gut verläuft wie jetzt. Und da muss ich mich natürlich auch bei unseren Kunden bedanken für die 25 Jahre, die sie jetzt mit uns gegangen sind. Ansonsten hätten wir auch kein 25-jähriges Jubiläum. Ich möchte mich auch erstmal im Namen von Kai Data recht herzlich bedanken. Und dass wir natürlich die nächsten 25 Jahre genauso erfolgreich bleiben wie bisher. Neben ihren Serviceleistungen ist Kai Data auch Sponsor und Unterstützer des Nikolai-Banketts, welches jährlich in Wismar stattfindet. Kai Data blickt auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Für die Zukunft hat sich Björn Rennpferd mit seinem Unternehmen noch viel vorgenommen. Wir legen immer ganz viel Wert auf Kundenbindung, Kundenkontakt, wollen uns mit den Kunden entwickeln. Wir wünschen uns auch, dass die Kunden viele Anfragen an uns stellen. Wir betreten auch gerne mal Neuland bei Kundenanfragen. Und das entwickelt uns ja auch letztendlich mit. An dieser Stelle sei auch den Kunden mal ein großes Danke gesagt für 25 Jahre Kai Data. Ohne Kunden gäbe es uns nicht. Und natürlich auch den Mitarbeitern, ohne die 25 Jahre Kai Data gar nicht möglich gewesen wäre. Das gesamte Team freut sich auf eine kommende, spannende und innovative Zeit. Und natürlich auf die nächsten 25 Jahre.